Herzlich willkommen bei der Mensch und Maschine. Die Seminare zum BIM-Konstrukteur, BIM-Koordinator und BIM-Manager im Rahmen des Ausbildungskonzeptes BIM-Ready sind daher nur die logische Konsequenz. Das BIM-Ready-Konzept der Mensch und Maschine dient zunächst dazu, dem Konstrukteur ein fundiertes Wissen über Autodesk Revit zu vermitteln und die Anforderungen des Building Information Modeling mit seiner täglichen Arbeit in Einklang zu bringen. In weiteren Seminaren wird die BIM-Koordination und das BIM-Management auf Basis internationaler Standards geschult, geprüft und zertifiziert. Das BIM-Manager-Seminar richtet sich an Projektleiter und Personen mit Führungsaufgaben. Der BIM-Koordinator richtet sich an Personen, die im Unternehmen Kollaborations- und Kommunikationsaufgaben übernehmen. Die Ausbildung zum BIM-Konstrukteur vermittelt ein tiefgreifendes Wissen in Autodesk Revit unter besonderer Beachtung der aus dem BIM-Prozess resultierenden Anforderungen. Ziel des Kurses ist es, den Kunden die Standards und Trends der Methode BIM beizubringen und diese Standards weiterzuentwickeln, auf dem praktischen Prozess des Planen, Bauens und Betreibens anzuwenden, die richtige Software zu platzieren, aber auch die rechtlichen Grundlagen und die vorbereiteten Dokumente einzusetzen. Für mich als Dozent ist es sehr wichtig, dass die Teilnehmer während der Schulung auch Spaß haben und im Anschluss mit Begeisterung Revit in der digitalen Gebäudeplanung einsetzen. Viele namhafte Kunden sind bereits stete Teilnehmer in den Seminaren der Mensch und Maschine. Tendenz steigend. Zitat von Diplomingenieur Dirk Ottersson at Züblin AG. Das BIM-Ready-Modul 1 ist bei der Züblin fest der Bestandteil des Ausbildungsplans für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dem Programm Revit arbeiten werden. Mit BIM-Ready schaffen wir den Einstieg ins Building Information Modeling, besonders durch das sehr gut durchdachte Kurskonzept und die kompetente Vermittlung durch die Dozenten. Der BIM-Manager-Kurs hat mir viel Spaß gebracht und wird mir bei der Arbeit viel bringen. Wir bieten die flächendeckende Ausbildung im gesamten deutschsprachigen Raum an. Alle Kurse sind standardisiert und bauen aufeinander auf. Somit stellt auch die Seminarteilnahme in unterschiedlichen Standorten kein Problem dar. Auf www.mum.de finden Sie unter der Rubrik Seminare weitere Informationen sowie das gesamte Seminarangebot mit Termin. Gerne stehen wir Ihnen aber auch telefonisch unter 08153 9330 zur Verfügung.